Dr. Frauke Petry, als fraktionslose Abgeordnete. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Am 11. März 2011 bebte in Japan das Meer. Der größte Tsunami der japanischen Geschichte zerstörte weite Teile des Landes. Er hinterließ eine Trümmerlandschaft und Schäden in dreistelliger Milliardenhöhe zurück. Nicht das Trauma der Angehörigen, nicht die Wiederaufbauleistungen des japanischen Volkes stehen im Mittelpunkt der Erinnerung, sondern damals wie heute der Reaktor von Fukushima. Die Gedanken der Grünen gehören nicht den Opfern oder in Unterstützung Japans, sondern immer noch ihrer politischen Propaganda. Sie instrumentalisieren zynisch, lassen sich das mit der Zunge zergehen, eine Naturkatastrophe und gefährden den Industriestandort Deutschland. Sie vernichten Arbeitsplätze, und ihr Manöver ist politisch klar zu erklären. Ohne Kernenergie, ohne die Kritik daran, verlieren Sie Ihr Kernthema. Und so fordern Sie gleich noch die europäische und weltweite Bevormundung und wollen unseren europäischen Nachbarn ihre verfehlte Energiepolitik aufheißen. Diese Arroganz, die nicht nur Sie alleine haben, sondern genauso die Bundesregierung, haben uns in der Euro- und Griechenland-Krise bereits Ansehen und Ruf gekostet und sind ein neuer Beweis in Richtung der europäischen Völker. Die Europäische Union soll wieder einmal deutsch geprägt sein, in der nur deutsche Ideen und Ideale gelten, oder Grüne. Einen nationalistischeren Antrag, meine Damen und Herren, ohne wissenschaftliche und ökonomische Fundierung hätte selbst die AfD nicht einreichen können. Aber, meine Damen und Herren, Kritik an den Grünen ist wohlfeil. Nicht die Grünen, sondern die Bundesregierung, CDU und SPD haben den Ausstieg aus der Kernenergie angeordnet. Nicht Sie, sondern die Kanzlerin hat vor Fukushima die Laufzeiten kurz vor Fukushima verlängert und dann mit dem überstürzten Ausstieg den Steuerzahlen Milliarden an Lasten aufgebürdet. Nicht die Grünen, sondern die CDU hat in kalter Berechnung vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg mitgezogen, um die Machtübernahme am Ende vergeblich zu verhindern. Und der Schaden bleibt nicht Ihnen, bleibt den Bürgern und Steuerzahlern. Frau Merkel hat die energiepolitische Sicherheit unseres Landes auf dem Altar grüner Ütopie geopfert. Wir brauchen, nein, wir dürfen Frankreich und andere Nachbarn nicht bevormuten und belehren. Nicht Frankreich, sondern Deutschland erreicht seine hochgesteckten Klimaziele bei den CO2-Emissionen nicht. Nicht trotz kolossaler Energiewende, die als wirtschaftlicher und ökonomischer, ökologischer Fehlschlag enden wird. Als nächstes Kapitel naiver Selbstüberschätzung folgt, wenn es nach Ihnen geht, der Kohleausstieg. Und nach der Debatte über Nord Stream 2 fordern die Grünen bereits das Ende des Erdgasimports. Sie, meine Damen und Herren, und auch die Bundesregierung setzen die Versorgungssicherheit und die finanzielle Belastbarkeit von Familien und Unternehmen aufs Spiel, während Sie andernorts Milliarden in die Kasse Ihrer grünen Lobby verende und Öko-Unternehmen pumpen, die aber trotzdem keine Antwort darauf geben können, wie wir die Grundlast in Deutschland sichern sollen. An die Adresse der CDU hier zu vertreten, Sie könnten Forschung, Nuklearforschung ohne Produktion, ohne Kernkraftwerke erreichen und erhalten, ist eine politische Mogelpackung und zeugt davon, dass Sie keine Ahnung von Industrie haben. Das funktioniert vielleicht bei Schülerdemos am Freitag, nicht aber mit Fachleuten. Was wir brauchen, ist keine Urananrecherung und kein Ende, sondern deren Ausweitung. Was wir unterstützen, ist keine Bevormundung, sondern Investitionen und Forschung in moderne Nukleartechnik. Was wir wollen, ist der vernünftige Ausstieg aus dem Ausstieg. Mehr Windkraft? Nein, danke. Mehr Kernkraft? Ja, bitte. Vielen Dank. Letzter Redner in der Debatte ist der Kollege Timon Greff.